Hi, schön dich wieder zu sehen. Herzliche Grüße an alle Freunde der Meta. Astrologie. Mithilfe von KI der Künstlichen Intelligenz erkunden und erleben wir zusammen die Astrologie ganz neu. Das Sternzeichen Jungfrau. 24. August bis 23. September ist ein sehr präzises und analytisches Sternzeichen, das für seine Genauigkeit und Organisation bekannt ist. In Bezug auf aktuelle astrologische Trends gibt es heute ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, was gut zur Energie der Jungfrau passt. Im Bereich der politischen Weltgeschehnisse sind derzeit viele Diskussionen über Gesundheitsthemen und medizinische Angelegenheiten im Gange. Was auch die präzise und detaillierte Natur der Jungfrau widerspiegelt. In der Geschichte der Menschheit gibt es viele berühmte Persönlichkeiten, die unter dem Sternzeichen der Jungfrau geboren wurden, wie zum Beispiel die Schriftstellerin Agatha Christie und der Philosoph Johann Wolfgang von Goethe. Diese Persönlichkeiten haben durch ihre präzise Denkweise und ihre Fähigkeit, Dinge im Detail zu betrachten, viele wichtige Beiträge zur Gesellschaft geleistet. In Bezug auf die Stellungen und Aspekte der Planeten heute ist die Jungfrau von der Sonne im Widder im 8. Haus beeinflusst. Was möglicherweise zu einer erhöhten Empfindsamkeit und Intuition führen kann. Auch die Venus im Stier im 9. Haus unterstützt die Jungfrau, indem sie ihr ein Gefühl der Harmonie und des Friedens gibt. Merkur im Widder im 8. Haus fördert auch das analytische Denken der Jungfrau und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Insgesamt gibt es heute eine günstige Konstellation für die Jungfrau. Um ihre Fähigkeiten und Talente zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Das war's für die Jungfrau.